Was passiert eigentlich in einem Bewerbungscoaching und lohnt es sich, so etwas zu buchen? Das hat mich die Sandra gefragt und ich möchte der Sandra und allen, die es interessiert, jetzt antworten. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Name ist Martin Wehle. Ich bilde seit über einem Jahrzehnt Karriereberater aus, bin selbst Deutschlands bekanntester Karrierecoach und auch als Buchautor gut bekannt. Und jetzt geht's los! Hier bin ich wieder und jetzt möchte ich der Sandra auf ihre Frage antworten. Also fangen wir mal mit dem ersten an. Lohnt es sich überhaupt, ein Bewerbungscoaching zu besuchen? Das hängt natürlich sehr davon ab, wie gut und wie professionell dieses Coaching abläuft. Wenn Ihnen jemand verspricht, dass er Ihre Mappe anschaut, einmal die Hand auflegt und dann kommt ein Wunder dabei heraus, dann verspricht er Ihnen zu viel. Also Mappen-TÜV, reine Reparatur von Bewerbungsunterlagen, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht seriös. Dann stellen Sie sich vor, ich habe Ihre Mappe in der Hand und ich gucke da drauf und ich korrigiere das perfekt und schicke es Ihnen zurück. Aber ich weiß ja gar nicht, haben Sie überhaupt alle Trümpfe, die in Ihrem Ärmel stecken, in diese Mappe reingepackt? Wer sind Sie überhaupt? Passt der Ton dieser Bewerbung zu Ihnen als Persönlichkeit? Das sind Fragen, die kann ich nur dann seriös beantworten, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, wenn wir zumindest telefonieren, wenn ich mir einen Eindruck von Ihnen persönlich verschaffen kann. Also ich rate Ihnen davon ab, reinen Mappen-TÜV in Anspruch zu nehmen und ich rate Ihnen dazu, wenn, ein komplettes Bewerbungscoaching zu machen. Wie läuft nun so ein Termin ab? Was dürfen Sie dabei erwarten? Und woran erkennen Sie, ob jemand ein Profi ist oder eher ein Amateur und Dilettant? Ablauf des Ganzen, der sieht so aus. Im ersten Schritt schaut ein Coach auf Ihr Potenzial, wie Sie in der Vergangenheit Ihre Jobs gefunden haben, was Ihre Erfolgsstrategien in Bewerbungsgesprächen sind, wofür Sie schon immer gelobt wurden in Ihrem Leben. Das heißt, er schaut, was sind Ihre Besonderheiten, was sind Ihre Ressourcen, was bringen Sie mit, womit man einen Job angeln kann. Zweiter Schritt ist dann, dass man zusammen schaut, wohin wollen Sie eigentlich? Denn oftmals bekommen Menschen Absagen auf Bewerbungen, weil sie sich auf Stellen bewerben, die nicht zu Ihnen und zu Ihrem Profil passen. Es kommt also im zweiten Schritt darauf an, dass ein klares Ziel festgelegt wird, ein Ziel, das zu Ihnen, zu Ihren Qualitäten und auch zu dem, was Sie gerne machen, zu Ihren Leidenschaften passt. Und erst im dritten Schritt geht es dann wirklich an Ihre Unterlagen. Dann schauen Sie zusammen mit dem Bewerbungscoach da rein und überlegen, wie können Sie Ihre Qualitäten transportieren und das identifizierte Ziel durch diese Unterlagen verwirklichen. Und der vierte Schritt, der kommt natürlich auch noch. Dann bereitet Sie der Bewerbungscoach auf Ihr Vorstellungsgespräch vor. Das wird dann mehrfach durchgespielt. Sie kriegen eine Rückmeldung und Sie werden von Runde zu Runde zu Runde immer stärker und merken dann auch, dass es nur eine handwerkliche Herausforderung ist. Wenn man es trainiert hat, dann nimmt das Lampenfieber ganz massiv ab. Insofern ist meine Einschätzung, die ich der Sandra und Ihnen geben kann, ja, es kann sich sehr lohnen, ein Bewerbungscoaching zu machen. Denn überlegen Sie, wenn Sie durch ein solches Coaching einen neuen Job kriegen, damit auch eine Gehaltserhöhung meistens von 10 bis 15 Prozent, dann haben Sie das, was Sie dieses Bewerbungscoaching kostet, ja ganz schnell wieder drin und dann verdienen Sie pur dazu. Aber achten Sie auf die Qualität. Es sollten Anbieter sein, die auch Erfahrung im Bewerbungscoaching haben. Und viele Kollegen, wenn Sie nicht ganz prominent im Markt sind wie ich, die bieten dann auch Vortelefonate oder Vorgespräche an. Das können Sie auch gerne nutzen. Wenn Sie sagen, ich möchte denselben nutzen wie bei einem Bewerbungscoaching haben, ohne dass ich zum Coach persönlich gehe und ich möchte von einem Top-Profi beraten werden, dann empfehle ich Ihnen meinen großen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Da habe ich über 75 Beratungsübungen drin, die Sie individuell für sich machen können und Ihre Unterlagen werden von Runde zu Runde besser. Ihr Auftritt im Vorstellungsgespräch wird zunehmen. Das ist ein alternativer Weg. Probieren Sie den gerne aus. Es gibt eine kostenlose Probe, die Sie klicken können. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, Daumen nach oben. Abonnieren Sie den Kanal und schreiben Sie auch gerne Kommentare. Ich bin neugierig, Ihr Martin Werle.